Jesus Christus, du bist unser Herr und Kreister, Herr, erbarbe dich unser. Herr Jesus Christus, du bist der Sohn der Jungfrau Maria. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, lasse uns die Sünden auf und führe uns zum ewigen Leben. Ich war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Hirten. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste. Und ich danke Ihnen allen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dafür, dass Sie die Einladung des Südtirolbergbahnmuseums Folge geleistet haben.